Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer, Dokumentansicht. Writer hat mehrere Möglichkeiten, ein Dokument anzuzeigen. Drucklayout, Weblayout, Vollbild. Um zwischen den Ansichten Drucklayout und Weblayout zu wechseln, wählen Sie im Menü Ansicht das gewünschte Layout aus. Zudem können Sie in den Vollbildmodus wechseln, Menüpunkt ganzer Bildschirm. Um diesen wieder zu verlassen, klicken Sie auf die Schaltfläche ganzer Bildschirm oder drücken Sie die Tastenkombination STRG-SHIFT-J. Im Drucklayout können Sie sowohl die Ansicht- als auch die Zoom-Vergrößerungssymbole in der Statussymbolleiste verwenden. Im Weblayout stehen nur die Zoom-Vergrößerungssymbole zur Verfügung. Sie können auch Ansicht-Maßstab aus dem Menü auswählen, um den Dialog Maßstab und Ansichtslayout anzuzeigen, wo Sie die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie in der Statusleiste finden können. Im Weblayout stehen die meisten Auswahlmöglichkeiten nicht zur Verfügung. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal!